Hier starten nachher die Cargo-Vension. Viele Gäste sind eingeladen. Was Frisches, was Neues, was die Menschen und das Geschäft zusammenbringt. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten. Von daher gesehen für den Moment mit Glück. Gleich geht's los! Das ist eine große Challenge und zwar bietet die Lufthansa Cargo den Start-ups die Möglichkeit, in Form von einem Pitch, also von einer Präsentation, ihr Unternehmen kurz vorzustellen. Wir haben jetzt vor kurzem erst den Versand in die Staaten eingestellt, weil es zu aufwendig war. Der Traum ist schon, dass wir zur Wiege der Haber hinten zurückkehren, dass wir nach Amerika gehen. Und wir wollen eh für 2019 den Schritt überwaden. Und es wäre eine tolle Gelegenheit, dass wir das direkt professionell angehen. Wir haben ganz große Fans von Kalifornien. Da passt das BCR erst ganz kurz hin. Und jetzt sage ich nicht, ihr wollt auch nach Amerika? Doch. Eine Fachjury entscheidet letztendlich, welches Start-up-Unternehmen ein Jahr lang kostenlos Lufthansa Cargo mit allem, mit Zoll, mit allem Gewinn kann. So sehen Siege aus. Positiv geschockt. Stopp. So für die Traum ist gut. Wir behalten das im Auge. Das freut mich sehr. Du kannst jetzt genau dein Ding machen. Ich habe ganz viele Ideen, wie wir sowohl nach als auch zurück diesen Preis nutzen können. Time Matters. Erklär doch mal, was bedeutet Time Matters? Also Logistik, die letztendlich zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Paul, du bist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dieses Gerät hier zu bauen. Und ihr habt richtig Preise eingesammelt dafür. Richtig Hyperloop. Genau. Da die Zielsetzung von dem Wettbewerb generell drauf lag, Geschwindigkeit zu optimieren, also eigentlich eher Beschleunigung, haben wir sehr viel darauf gesetzt, unser Gewicht zu reduzieren und unsere Leistung zu optimieren. Im Versuchsaufbau von sage und schreibe 324 kmh. Das liegt deutlich über der Geschwindigkeit eines Flugzeuges, wenn es denn abhebt. Jetzt habe ich auch mal was Gescheites erzählt. Ich muss sagen, es ist eine absolut gelungene Veranstaltung, höchst interessant. Man muss sagen, die Themen wirklich top aktuell aufgegriffen und auch präsentiert. Ja, es hat mir auch noch viel Spaß gemacht. Man hat extrem viele innovative Impressionen bekommen. Und ja, es war wirklich ein absolut gelungenes Event. Super. Das war mit Abstand die beste Veranstaltung aus meiner Sicht. Aber ich glaube, von den Kunden kam auch sehr viel gutes Feedback zurück. Tschüss.